Belleville ist ein Stadtteil im Osten und Nordosten von Paris. Beschreibung Der gleichnamige ursprünglich vor den Toren von Paris gelegene eigenständige Vorort wurde erst 1860 eingemeindet und durch die damit verbundene willkürliche Festlegung der Arrondissements und Quartiers genau in der Ortsmitte geteilt, sodass heute die eine Ortshälfte im 19. Arrondissement liegt. Die andere im 20. dessen ungeachtet hat die frühere Gemeinde ihren Zusammenhalt größtenteils bewahrt. Belleville ist eines der typischen Einwandererviertel von Paris, unter anderem leben hier größere Gruppen von MaghrebInnen, Schwarzafrikanern, sefadischen Juden und Chinesen. Die herrschende multikulturelle Atmosphäre befruchtet das Schaffen der hiesigen großen Künstlerszene. Auf dem Hügel von Belleville liegt der Park de Belleville, von dessen Terrassen es einen guten Überblick über das Panorama von Paris gibt. Edith Piaf wurde 1915 auf den Stufen des Hauses 72 in der Eroide Belleville geboren. Dort erinnert eine Gedenktafel an die berühmte Sängerin. Verkehr Der gleichnamige Metro-Umsteigebahnhof Belleville am westlichen Rande des Stadtteils verbindet die Linie 2 mit der 11. Weitere Metrostationen sind Pyrenees und Jourdain-Politik. Traditionell ist Belleville politisch links gerichtet. Die Parti-Socialiste, die Kommunistische Partei Frankreichs, die Grünen und die Lothar-Uriere sind stark vertreten. Das Hauptquartier der Parti-Kommunist-Français befindet sich nahe der Colonne-Fabière-Station zwischen Belleville und La Villette. Filme, die in Belleville gedreht wurden Goldhelm, 1951 von Jacques Becker Der Rote Ballon, 1956 von Albert Lamorisse Madame Rosa, 1975 von Moshe Maisrahi Die Born-Identität, 2002 Szene im Hotel de la Pec von Doug Liman Monsieur Ibrahim und die Blumen des Goran, 2003 von François de Juppeyron Die Klasse, 2008 von Laurent Cantet Polizei, 2011 von Malvin